Ich gebe mir hart auf den Sack. Was ist denn? Ich bin im Menü, Alder! Was ist denn los mit dir? Ja, weil es mich nervt. Die ganze scheiß Audioaufzeichnung da, ey. Weil da die Musik einfach weiterläuft. Bei mir läuft gerade irgendeine Musik, ey. Ja, Musik läuft bei mir auch. Ja? Nee. Und warum ist sie denn nicht im Krankenhaus? Und dem Alter? Wo spiel ich denn? So, was sollen wir machen? Also ich muss neu aufhören. Perfügbare Quests. Hallo? Na du? So, wir müssen den Jamal suchen. Der ist da hinten irgendwo. Auch jetzt mach doch diese scheiß Aufzeichnung aus, ey. Das ist nicht die Jungs. Da müssen wir doch hin. Ich habe keine Ahnung, ich fahr halt. Ach, das nervt mich jetzt, ne? Ach, das nervt mich jetzt, ne? Aber das hat aber auch mit der Schwester zu tun, glaub ich, mit der Musik. Oder? Ne, doch nicht. Ah, das ist mach ich. Das ist ja so. Das ist ja so. Mal, oh. Wir sollen sie suchen. Ah, schön wieder so ne. Ah, das ist ein Riffbomb, die wir bekommen haben, bevor wir das wirklich gut sind. Wir machen das mal aus, ja. Warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz mein Inventar leeren. Oh, hast du irgendwas verbrochen, was nicht entdeckt worden ist? Weil das ist meistens ein Zeichen. Dass wir dann Fieber haben, weil der Bruch vorhanden ist. Apropos Bruch, mir bräuchte mein Bein ab. Das ist ja immer so auf meinen Beinen drauf, ne? Hier runter müssen wir ja... Hä? 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 Wo müssen wir das sagen? Weg mit ihrem Kopf! Hä? Dahinten irgendwo? Ach da rein vielleicht, hä? Hier rein müssen wir. Ja, ich glaub das. Oh mein Gott. Das ist schon scheiße. Was? So, hast du uns aufgefasst? Ja. Da vorne ist ein Red Pick-Up. Boah. Hey! Hallo! Aber natürlich ist er da unten. Wer hätt's gedacht. Da hinten tenden wir nicht. Wappen przy ihm nicht. Wappen они einmal. Ich hab sie. Oh éc衛cauld, ne? Oh пятый move! Oh die Merle! Mach sie. Hoube! Oh Gott, oh Gott! Spekulatius. Warum? Ich möchte nicht aufhören. Verreckt doch in Hölle! Auch noch immun gegen meine Pfeile. Das ist Ruhe! How are you, kid? Was ist hier? Nix. Schalte die Zombies rund um Jamal's Truck aus. Haben wir doch grad schon. Abgeschlossen. Okay. Das war er hier wahrscheinlich. Ja. So, jetzt haben wir alle... Okay. Jetzt haben wir alle Quests hier abgemacht. Ich schwitze mal. Hollywood Boulevard. Ah, komm her mein Freund. Komm. Komm zu Papi. Komm Papi, habt ihr paar Fußtrottel? Fußtrottel 47,5. Halt! Verfügbare Quests. Hä, ich hab doch grad die Quests... Hallo? Ja. Manchmal verstehe ich die Welt echt nicht, ne? Ich bin hier. Hollywood Boulevard, verfügbare Quests. Also, wir müssen zum Hollywood Boulevard. Also, wir müssen zum Hollywood Boulevard. Und wo kamen wir ne Map zum Reisen? Hä? Ja. Geil. Oh! Wo bist du denn, Achter? Ach hier, oh. Wir müssen wieder zurücklaufen. Können wir hier nicht wieder... Können wir durch den Tor durch? Ne, ich glaub nicht. Nee, nee, nee. Voll in den Nacken geschlossen. Das ist mir die schlechte Sache. Ich glaub, ich muss noch ein bisschen Upgrade machen. Ey, halt doch... Du blödes Mist hier. Halt doch mal still. Ach man. Ich zieh dir einen Scheitel, Fräulein. Alter, das ist so lächerlich, mein Junge. So, ich lauf einfach zum... Zur Tafel. Zur Tafel? Ja. Bist du schon so arm? Ja. Noch ärmer. Noch ärmer. Ja. Ellipopo! Ich bereue alle meine Sachen. Was ist denn? Hä, wo ist denn die Karte? Ich bin... Ich halte nicht in der Lage zu schlüpfen. Hä? Die Karte ist... hier hinten, oder was? Hä, wo geht's denn hier zur Karte? Ja, nee. Na oben. Muss ich denn nach oben? Kann das sein? Ja, aber wo geht's nach oben? Hier, Fahrstuhl. Hä? Kann man da hochklettern? Soll ich. Ich weiß nicht, wo. Soll ich doch. Das Spiel ist ja ganz gut. Aber manchmal... Die Mapführung ist manchmal ein bisschen scheiße. Nee, ich hab keine Zeit für dich. Hier! Geht's doch nach oben im Fahrstuhl. Was hast du denn? Ach, jetzt auf einmal geht's nach oben im Fahrstuhl. Natürlich. Dann muss ich nur wissen, wohin. Nee, ich weiß, alles aus. Ist ja nicht so, dass ich gerade eben gefragt hätte. Komm doch, Röschen. Hä? Hä? Warum war das denn so? Was ist denn so? Nee. Was ist denn nicht? Hä? Jetzt laufen wir in die falsche Richtung. Oh, ich flieg wieder raus. Oh, boah. Musst du machen. Ja, aber es ging doch nur in eine Richtung. Mhm. Ach, hier durch. Vor allem ich mal die verrückt, du kannst doch selber. Was ist denn jetzt? Hey, geh fest. Hallo? Wo ist die Map? Da ist die Map. Komm, nimm. Ach. Ähm. Okay. Schönheits-OP machen? Kein Problem. Kein Problem. Schönheits-OP machen? Hallo, ey. Ach so, ähm. Werkbank. Wapper wie wenn und Wapper wie wenn. Und Musik wie's hier. Ähm. Was, die hab ich schon mit? Das ist schon mit. Du, 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 du. Du, 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 du. Boom, boom. Ja, wie bum, bum. Das ist super. 411. 411. Okay. 411. Und da rein, ähm. Armbus lassen wir immer lieber bei uns. Dass wir mal wieder eine Auflage finden, wo wir eine Armbus brauchen. So. Äh. Äh. Kann ich überlegen schon? Warte mal. Mal halt. Wasser. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich würde dir gerne helfen. Aber ich kann's leider nicht. Aber. Kannst du sie nicht besuchen, weil du nicht möchtest oder weil es nicht geht? Weil, ähm. Ich sag mal so. Wenn du sie besuchen kannst, mach es. Du machst dir sonst dein Leben lang Vorwürfe. Ja. Ich sage ja. Schon wieder? Ich hab immer das gleiche Bild da. Bei der Achse im Kopf. Ich hab jetzt eigentlich gesagt, ein Schwert durch den Kopf. Aber wie, ey. Ja. Ja. Ja, Marion. Das ist aber egal. Du machst dir die Vorwürfe dein Leben lang. Glaub mir. Ich, ich hab da noch eine Erfahrung. Schon zwei, dreimal. Ziemfalls zweimal. Ach, hier ist das. Ach, ja. Ja, 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 ja. Hallo. Suche in der Tankstelle nach Überlebenden. Oh Gott. Es ist eine Tankstelle auf jeden Fall. Was will ich jetzt mit dem? Au. Oh. Ich weiß nicht, was da oben macht. Wo ist eine Frau? Achso, gleich klar. Oh. Echt da? Oh. Doch ein Pein, die es halt Panaten hat. Das ist doch eine Facke. Vorsicht, lauf. Das ist doch einfach ab. Echt... Was, was? Das hat der da aus, ne. Fett ist, ey. Bleib doch mal steh. Lassen Kanaten immer bei herzunehmen. So dumm, ey. Boah. Haben wir irgendwas aktiviert, also? Ja. Richtig irgendwas? Ich hoffe aber so. Ja, den würde ich ja gerne aufnehmen, aber... ...dreckigen Missgeburten, ja. Das gibt's doch nicht. Ja. Ja. Ah, ich will in Flammen. Ja. Hier, hier, hier. Hallo. Gibt's nicht? Alter. Verreckt doch jetzt mal, du Penner. Ich bin hier tot, ich bin hier tot. Ich bin hier tot. Nein, Manni. Was gibt's denn, ey? Auf Anfänge die Waffe. Das ist los, ja. Verreckt doch jetzt einfach mal, ey. Ich bin hier ein bisschen mehr schnappt. Weißt du, nur weil er Säure hat, heißt das nicht, dass die Waffe weniger... Oh, hier sah er. Captain Vixen. I represent the people of... Captain Vixen? Was? Was? Okay. Die Leute sind nur einfach nur Red Shirts. Destiniert zu verraten, Attempern zu schnappen, zu schnappen. Er ist ein kleineser Mann, kein Kampf, aber er ist trich, kreativ. Das ist wie er es so weit ist. Problem ist, ich kann ihn nicht auf den Radioen, und das Dede toy stöpig, Dedeh, Die blöden, die von deinem Beobachter sind. D.D.O.9, der Baseboxer der Navdroid und Baby Robot-Mirchandise Milker. Ich kann nicht die Sache nicht. Sebastian lief es genug, dass er eine Replika für Konvention gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, wie es zu verhören. Wenn er nicht zurückkommt und etwas über das, dann unsere Zones wird überrascht. Das ist ein Blöden. Ich bin ein Blöden. Ich bin ein Blöden. Ich bin D.D.D. zu Sebastian. Du kannst sicherlich selbst aus dir. Okay, du nimmst D.D. Starte deine Suche in Soundstage 3. Ich schaue hier in Frieden. Nicht verlieren. Es ist genug verloren. Es ist genug verloren, wie es ist. Natürlich. Ja, D.D. ist 0.9. Du kommst. Ja klar. Wo? So, was sollen wir die jetzt hinbringen? Was denn wir anbringen? Was hast du denn dafür? Wir sollen ihn dahinter bringen. Hier. Hier hinten. Kommen sie mal mit. Kommen sie mal mit. Das ist für mich wieder oben im Radar. Im Radar. Ja, hier. Guck, da ist ein Durchgang. Hallo? Hier kann man auch noch rein, Frosty. Hier ist noch eine Sicherung. Oh, Hilfe. Hilfe. Ich habe welche. Ich habe welche. Wo? Hier war eine Falle drinnen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Haben wir hier? Ja. Besser war. Ja. Ein Brettstumschiff. Es ist auch immer ein bisschen Elektroscheiß da. Ja. Ja. So, und jetzt? Werden wir wieder angegriffen. Natürlich. Oh, da hinten kommt Sprenger. Hier. Der Ton, Mann. Boah, alle hier kommen ganz viele Sprenger. Kann ich nicht. Was? Denk doch jetzt die Scheiße weg, ey. Au. Oh, ja. Was ist denn das schon wieder? Eine Frise. Vor allem, ich wollte doch die Scheißknarre. Oh. Ähm. Ähm. Hat doch halt ein Mini-Pech genommen. Wo kommen denn die alle schon wieder her, ey? Die ganzen Sprenger sind fies, ey. Oh, das sind ganz schön viele. Die werden angelockt von dem Teil hier. Alter. Alter, die über euch würdest du, ne? Alter. Ähm. 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 Hier raus. Hier raus. Ja. 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 Hier rechts und die nächste links. Da ist Ruhe im Katton. Weißt du? Weißer nicht. Ja, bei dem auf jeden Fall. Was ist denn hier? Ist der Zweite Weltkriegs-Setting gehabt oder was? Und jetzt? Hier musst du irgendwie. Jetzt komm hier wahrscheinlich wieder. Was ist denn so? Wo ist der Trottel? Da oben, auf dem Dach. Aber ich muss einfach nicht mehr loswerden. Echt da? Ja, echt? Oh nein. Nein! Oh! Oh! Holy! Holy shit! Oh! Ähm! Ich war's nicht. Was hast du so angefasst, oder was? Ich hab's noch ein bisschen losgeschnitten. Ich bin mal in den Verdeckung. 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 Ich hab was faute. Ich weiß nicht, das geht mir auch in den Verdeckung mit. Das ist besser. Ich bin mal in den Verdeckung. Ich bin mal in den Verdeckung. Und, ähm... Hier berennt alles. Da sind wir freierräumen. Oh, ich möchte das nicht. Fast keine Munition. Ich bin mal in den Verdeckung. Drecksack, ey. Au! Jetzt ist der wieder immun, der Arsch. Oh, ey. Achso. Einfach da hinlegen, oder? Super. Und jetzt? Mit ihm sorten. Komm mal ran da! Captain Wixen. Captain Wixen. So schlimm. Captain Wixen, send me to find you! And the sperm Raiders! Sperminator. Wird schon nicht so lang. Ach halt, äh... So, dann sind wir hier auch durch, ne? Ach ne, wir haben noch ne verfügbare Quest. So, dann sind wir hier auch. So, dann sind wir hier auch gleich. So, dann sind wir dann hier auch gleich.